Ich weiß jetzt schon, mich wird das die ganze Zeit ankotzen, mit der Kamera rumzurennen. Was ist das? Was? Wir sind endlich an der T-Con und mega am Arsch. Aber wir sind da, um jetzt hinsetzen und nie wieder aufstehen. Ich muss nur gerade jetzt mal den Menschen finden, der so meine Karte hat. Der ist wahrscheinlich nicht mal da. Den Menschen. Ja, den Menschen. Hallo, wir sind gerade fertig mit Fotoshooting und uns ist allen kalt. Eigentlich wollten wir jetzt in so einen Laden gehen, aber der hat halt zu und deswegen gammeln wir jetzt wieder auf der Con rum. Yay. Yay. Und den muss da Merch kaufen. Juhu. Und die muss so ein Geburtstagspflicht kaufen. Yay. Ja, und es ist so teuer dort. Ich habe keinen Bock. Nicht alles. Ja. Wie viele? Aber die Perücken sind teuer. Das ist ein bisschen scheiße. Aber jetzt habe ich schon bald ausgeben. Das ist auch egal. Okay. Na dann. So. Ist übrigens wundervoll, dass ich... Ich füllen die ganze Zeit nur so den Boden. Ist auch geil. Ja, ne? Ja. Aber ich kann mich so nicht sehen. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Ich fülle dich. Hi. Ich such dieses Plastik rein. Oh man. Welche? Welche? Achso, die scheiß Tüte. Ne, das grüne. Achso, das. Achso, das. Ich glaub, das ist das da drin. Kannst mal auf. Ja. Oh. 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 Kommst du rein? Okay. Hör. Hör auf in mein Vios dumm zu gucken. Es ist echte Qualität. Und so. Oh. 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 Das ist. Oh. Oh. Nee. え. Cute stuff. Yeah. Oh, das... Oh, das... Oh, tut. Oh. Oh, da haben wir... Oh. Achso. Ciao.